Ja, schön, dass du wieder da warst. Hat mich gefreut. Danke, dass ich bei dir sein durfte. Ja, eine Freude. Volles Haus. Wir müssen das öfter machen, glaube ich. Gerne. Und ich lasse dir mal ein Biergeld da, weil du stehst ja auch drinnen. Genau, ja. Und es ist immer gut, wenn man meine Bücher zu Hause hat. Ja, die liegen ja nicht. Aber eins habe ich ja schon. Und ich würde vorschlagen, dass wir das einfach verlosen. Gute Idee. Ja. Wenn jemand weiß, wie der Bierpapst im bürgerlichen Namen heißt, dann soll er dieses Buch haben. Das ist eine schöne, schwere Frage. Prost, lass uns trinken.